Hallo und herzlich willkommen zu unserer Snapchat-Sprechstunde. Bitte stellt euch doch einfach mal alle vor. Nee, ich stelle mich nicht vor, da fackt mich schon alles hier ab. Nee, geh überhaupt drauf. Hi, ich bin der Georg. Ähm, ja, und ich esse ganz gerne ein bisschen. Äh, warum soll ich mich vorstellen? Wozu? Keine Ahnung. Äh? Ich bin Lucifer der Große und ich werde die Welt beherrschen für immer und ewig. Ja, ich bin Headfoot und ich werde immer gemobbt halt. Ich weiß nicht warum. Ich bin halt anders. He, 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 he. Foothead. Ha, 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 ha. Headfoot, dein Ernst! Du siehst so scheiße aus, Junge. Also, da muss ich ja auch mal sagen, Foothead. Ich schluss in der Name. Ey, Leute, streiten ist voll uncool. Da krieg ich immer Hunger und da muss ich essen. Bitte hört auf. Boah, Fettbacke, hör auf. Hör auf. Hör auf zu reden. Boah, kann mal einer diesem Möchtegern-Menschen da mit den Piepsen gestimmt mit das Maul stopfen? Die krieg ich Migraine von, echt. Du willst mir das Maul stopfen und erwarten? Hallo, es ist mal ein Spiel. Guck, mein Gott, Botox hilft, ne? Nein, ich das Maul stopfen. Streitrisch hin weiter. Daran bereichere ich mich, das gefällt mir. Okay, Freunde. Interessante Sitzung heute. Ihr seid alle große Individuen. Und wir sollten das auf ein andermal vertagen, würde ich sagen. Und wir sollten das auf ein andermal vertagen.